hallo meine freunde ist wieder über den boss. zum heutigen news meine freunde. rafkamara meinte vor zehn jahren hätte bushidos karriere mit diesem stand beendet worden sein. weil der junge zinkt ja nur noch rum. vor zehn jahren wäre es vorbei gewesen. da hätte er den 31 jahren gemacht. aber heutzutage ist er lockt man. wie komplex die welt am arsch ist man. merkt dies meine freunde. komplett am arsch die welt man. da denkt man sich einfach ja ich bin der große bushido. ich bin der king der welt. nein bist du nicht man. selbst rafkamara sagt vor zehn jahren wäre es vorbei gewesen für dich. mit deiner komischen karriere. also lass sein bushido. wir hatten das schon. so zum nächsten thema. jamule. wie ich gehört habe. denkst du anders falsch über schwarze menschen. als ich date mit über schwarze menschen. was denkst du eigentlich wie du bist man. mit diesem rassismus alter. was ist los mit dir man. sowas macht man nicht. jamule. ich hab dich als neuen freshen künstler gefeiert junge. dann machst du so eine scheiße man. lass das sein man. verstehst du. lass die scheiße sein. kein rassismus man. benimm dich man. sonst gibst du nur einen post. du weißt man. verstehst du. so lass das sein man. so zum nächsten thema. zum letzten thema meine freunde. so. jamule und nura. machen welle gegen jamule. weil er das rassistische statement gemacht hat. jetzt kriegst du deinen gegenwind jamule he. man kann nicht einfach gegen schwarze hetzen. nee ich bin selbst nicht schwarz. aber ich habe auch schwarze homies man. man kann nicht lästern digga. es geht ums herz. es geht um menschen man. es geht um menschen. und ich stehe ja gut vor mir junge. merk dir das mal. rassismus hat dir das wirklich zu suchen man. so. das wars meine freunde. bis zum nächsten mal. bei Juga Boss. tschau. bis zum nächsten mal.